FUJIKURA präsentiert das Mehrfaser-Spleißgerät 90R mit wechselbarem V-Nut-System. Das 90R-Kit bietet drei Schlüsseleigenschaften. Ein wechselbares V-Nut-System, verbesserte Spleißqualität und intelligente Sicherheitsfunktionen mit der Active Fusion Control-Technologie und der Active Blade Management Technologie. Wir möchten Ihnen das mit nur zwei Schrauben leicht tauschbare V-Nut-System des 90R näher erklären, denn es ermöglicht den Nutzern, die V-Nut sehr schnell zu installieren und zu entnehmen. Diese Eigenschaft erlaubt es durch Tausch der V-Nuten des 90R sowohl 200 als auch 250 Mikrometer Fasern zu spleißen. Außerdem, wenn es Ablagungen in den V-Nuten gibt, die schwer zu entfernen sind, kann der Nutzer weiterarbeiten, indem er einfach das Reservepaar V-Nuten einsetzt. Lassen Sie uns diese Eigenschaft genauer betrachten. In früheren Geräten ohne die tauschbaren V-Nuten war es nötig, ein Spleißgerät mit 200 Mikrometer V-Nuten zu bestücken und ein weiteres mit 250 Mikrometer V-Nuten, um in der Lage zu sein, beide Fasertypen zu spleißen. Die austauschbaren V-Nuten des 90R ermöglichen es, dem Nutzer von 200 auf 250 Mikrometer Faserabstand zu wechseln. Mit optionalem Zubehör können darüber hinaus weitere Fasertypen gespleißt werden. Nach intensiver Nutzung kann sich in den V-Nuten des 90R geschmolzenes Glas niederschlagen, was zu verschlechterter Faserausrichtung und Spleißergebnissen führen kann. Dieser angesammelte Glasbelag auf den V-Nuten lässt sich durch einfaches Reinigen kaum entfernen und kann Ursache für hohe Spleißdämpfungen und großen Faserversatz sein. Zum Lieferumfang des 90R gehört ein paar Ersatz-V-Nuten mit eingebrannten Elektronen. Deshalb kann mit dem 90R auch dann weitergearbeitet werden, wenn eine Fehlermeldung großen Faserversatz anzeigt. Einfach die V-Nuten wechseln. Kommen wir zur Active Fusion Control Technologie. Das 90R wählt automatisch die passenden Spleißparameter entsprechend der Faserzahl und dem installierenden V-Nut-Typ. Das 90R analysiert außerdem die Faserhelligkeit während des Spleißvorgangs und reguliert die Lichtpunktstärke in Echtzeit, um eine gleichmäßige Erwärmung und eine geringe Spleißdämpfung zu gewährleisten. Nun kommen wir zur Active Blade Management Technologie. Das 90R kann sich mit dem Abstreifgerät RS03 und bis zu zwei CT50 über eine drahtlose Schnittstelle verbinden. Aufgrund dieser Eigenschaft kann das RS03 automatisch an verschiedene Faser- und Bändchentypen angepasst werden. Das 90R gewährleistet eine automatische Schneidraddrehung bei häufiger auftretenden schlechten Brüchen. Mit zunehmendem Verschleiß verursacht das Schneidrad schlechte Brüche. Wenn dieser Moment gekommen ist, gibt das 90R dem CT50 über die drahtlose Schnittstelle die Einweisung, das Schneidrad zu drehen. Sprechen wir nun über die drahtlose Kommunikation zwischen dem 90R und dem RS03. Die Spleißmodi des 90R beeinflussen nicht nur die verschiedenen Spleißeinstellungen, sondern auch die verschiedenen erforderlichen Temperatureinstellungen, die drahtlos vom 90R auf das RS03 übertragen werden. So kann das RS03 die Abmanteltemperatur automatisch optimieren. Zu den weiteren nützlichen Eigenschaften des 90R gehört unter anderem der automatische Windschutz. Der Transportkoffer beinhaltet eine entnehmbare Arbeitsplattform, die sogar teilbar ist, wenn erforderlich. Die Arbeitsplattform bietet ausreichend Stauraum zur Unterbringung des Gesamtzubehörs. Entscheiden Sie sich für die besten Spleißergebnisse und wählen Sie das Fujikura 90R Kit für Mehrfaserspleißanwendungen.